Editha Koubarova und Marcello Giordani, die Puritanerin Elvira und ihr Königstreuer geliebter Arturo. Ein Liebespaar, dem in der Inszenierung von John Dew kein Happy End beschieden ist. Er erzählt Berlinis mitreißende und virtuose Oper nicht als historienschinken, sondern in modernen Bildern, vorwiegend statisch und mit raffinierter Lichtregie. Maestro Domingo glaubt, dass die Inszenierung jungen Leuten gefallen wird. Sie erinnert ihn an utopische Filme wie Blade Runner und Krieg der Sterne. Die Farben, die Kostüme, alles ist durchgestylt. Für Regisseur John Dew spielen die Puritaner in einer zeitlich nicht festgelegten kunstfeindlichen Gesellschaft. Die unlogische Handlung stört ihn nicht. Grundsätzlich ist Oper etwas, was nicht mit Logik im Sinne von Wortlogik zu tun hat. Das ist eine andere Logik, das ist eine Logik der Emotionen. Es geht nicht um Töne, es geht nicht um Koloratur, es geht eben um dieses Erlebte, um das Erfüllte, was die göttliche Gabe ist in diesem Stück, das der Berliner geschrieben hat, dass die Möglichkeit in einzelnen Tönen dieses, was man innen fühlt, auszudrücken. Werde ich, wo wir oben sind? 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 Die Bibliothek Musik 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 Marcello Giordani, den Sie soeben kennenlernten, der gehört zu den jüngeren italienischen Sängern. Musik 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 Ja, 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 ja. Musik 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 Amen. 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 Amen.